Hallo und ganz herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Filmrezension. Willkommen bei den Hartmanns. Ist zwölf. Ich finde die FSK berechtigt mit zwölf und finde eben auch, dass es ab zwölf ist. Weil schon auch Themen beinhaltet werden, die jetzt ein jüngeres Kind nicht ganz verstehen würde. Ist eine Komödie. Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Fitz, Paulina Rodzinski, Elias Mbarek und Erika Bongo. Als Mutter Angelika gegen den Willen ihres Mannes beschließt, den Flüchtling Diallo aufzunehmen, gerät die ganze Familie Hartmann in immer größere Turbulenzen. Inmitten aller Wirrungen des ganz normalen Wahnsinns unserer Zeit bleibt nur die Hoffnung, dass die Familie ihre Stabilität, Zuversicht und ihren Frieden wiederfindet, so wie das ganze Land. Also es geht um Integration, Familie, Liebe, Leben, Arbeit, Flüchtlinge. Also ich finde den Film richtig genial gemacht. Er ist halt eine Komödie, aber beinhaltet trotzdem wichtige Themen. Und auch die Reaktion von den verschiedenen Familienmitgliedern und auch das Leben der einzelnen Darsteller, also der Personen, wird gut umschrieben und gezeigt. Und dass auch, dass die Welt kleiner ist, als man denkt, weil Figuren zueinander finden, die eigentlich auf andere Weise zueinander finden sollten, aber dann doch anders aufeinander treffen. Und ja, es ist... Ich mag den Film richtig, richtig gerne und er kriegt auch von mir 5 von 5 Sternen. Er ist einfach mein Humor. Ich mag die Schauspieler sehr gerne. Also ich bin ja Fan von Elias Mbarek und auch von... Also den Florian David Fitz mag ich auch sehr gerne und auch die Paulina... Paulina Rotschinski. Genau. Und... Ja, es ist einfach sehr... Genial dargestellt und... Ich kann es nur empfehlen. Man kann wirklich lachen, aber es ist eben auch... Ähm... Mit ernstzunehmenden Themen. Genau, das war jetzt kurz und bündig. Ähm... Die Filmrezension. Anschließend... Ähm... Anschließend gebe ich... Zeige ich euch noch den Trailer. Also bleibt bis zum Ende dran. Aber ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Ähm... Mich würde interessieren, ob ihr den Film kennt und wie ihr ihn findet. Und wenn ihr ihn nicht kennt, ob ihr ihn euch jetzt anschauen würdet. Ähm... Genau. Ich würde mich sehr über Feedback freuen oder ein Abo oder einen Daumen nach oben. Ich... Ich freue mich über alle, die neu dazukommen und die nichts mehr von mir verpassen wollen. Ja... Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen... Tschüss! Zunächst mal wollten wir uns einfach nur informieren. Wir sind hier, um einen Flüchtling aufzunehmen. Ja, also wie läuft das Ganze denn dann ab? Theoretisch. Ich meine... Können wir uns einfach einen raussuchen oder... Das ist hier nicht das Tierheim, Herr Hartmann. Was machst du hier? Ähm... Ich wohne hier. Ach echt? Nein, Quatsch. Wir müssen das Leben genießen. YOLO! Chillaxen, Mann! Und wer ist dieser Afrikaner, der da dabei war? Das ist... das ist unser Flüchtling. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr Flüchtlinge aufnehmt. Nicht Plural, Heike. Einen Flüchtling. Das ist doch vielleicht erst der Anfang. Ihr habt so viel Platz, ja!